Einen wunderschönen guten Tag, liebe FC-Familie und willkommen zum ersten FC-News-Quickfire hier auf diesem Kanal mit drei Themen. Marc Uth ist wieder voll im Training mit dabei, die ersten Testspiele stehen morgen auf dem Programm und Anthony Modest kritisiert die FC-Führung scharf. Wen das interessiert, gerne dranbleiben, wir gehen rein. Starten wir mit Marc Uth. Nach fast achtmonatiger Abstinenz und insgesamt drei Operationen kehrt Marc Uth erstmals wieder voll ins Mannschaftstraining zurück. Hatte zum Trainingsstart nach der Sommerpause noch größtenteils individuell trainiert, kann er nun im Trainingslager Maria Alm die Einheiten schmerzfrei voll durchziehen. Das freut uns natürlich extrem, das sind super Neuigkeiten und bleibt nur zu hoffen, dass er auch fit bleibt und in der kommenden Saison maßgeblich weiterhelfen kann. Kommen wir zu den Testspielen als nächstes, die ja morgen anstehen im Rahmen des Trainingslagers. Und zwar am morgigen Sonntag ab 14 Uhr absolviert der 1. FC Köln ja im Rahmen des Trainingslagers gleich zwei Testspiele. Einmal gegen Hannover 96 und dem Klub von Lukas Podolski, Gornik Zabtsche. Gespielt wird im Turniermodus, also jeder gegen jeden, in jeweils 45 Minuten. Und man kann das Ganze auch gucken, übertragen wird das gesamte Turnier ab 14 Uhr auf SkySport News HD. Da freuen wir uns doch drauf. Und last but not least die Personalie Anthony Modest, auch wenn er gar nicht mehr beim FC spielt, so macht er trotzdem die letzten Tage Schlagzeilen. Ex-FC-Stürmer Anthony Modest kritisiert nämlich die FC-Führung scharf. So sagte er gegenüber der Bild-Zeitung, dass er im Sommer letzten Jahres gerne seinen Vertrag verlängert hätte, aber das Gefühl hatte, nicht mehr gewollt zu sein. Wie wir ja wissen, noch während der Saison 21-22 gab die neue Führung unter Christian Keller ja bekannt, das Gehaltsgefüge im Verein anpassen zu wollen, um aus der finanziellen Schieflage herauszukommen. Das wurde auch schon, wie wir wissen, früh kommuniziert, doch Modest gibt an, diese Information erst im Sommertrainingslager 22 erhalten zu haben. So wird er zitiert mit Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Modest die Schuld für seinen Abgang beim FC sucht, denn schon im Jahr 2017, nach seinem Wechsel nach China, machte er ja die damalige Führung für den Wechsel verantwortlich. Das soll es gewesen sein. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao!